Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich hatte gerade eben das zweite Phänomen. Guck mal an, wie der läuft. Als ich neu geladen hatte, hatte ich nicht nur keinen Avatar mehr, sondern da waren nur noch die Loks und das andere Modell hier drumherum war auch nirgends mehr zu finden. So, da ich keinen Bock habe, mir diesen maskulinen Avatar anzuschauen, gehe ich hier erstmal raus. So, wir haben in der letzten Folge einiges erforscht, was wir vermutlich jetzt hier dann bauen können. Ja, tatsächlich. Was kann man in einem Holzfass lagern? Ich habe keine Ahnung. Ein Baumstammlager haben wir schon. Vielleicht bauen wir noch eines für ähm, Holzbalken und eines für Steine. Warte mal, Holzbalken, Kräften, Steine, Kräften. Dann brauchen wir zwei Balken. Dann kräften wir zwei Balken. Sonst muss ich sie wieder rausnehmen, weil man muss erst das und das in der richtigen Reihenfolge machen. Okay. Dann haben wir sie jetzt aber erstmal. Wir können sie dann daneben platzieren. Warte, wir haben großes Lager, ist das richtig? Holzträger, schräger Holzträger. Ja, das ist wieder das für Holzbalken, das wollte ich nicht. Ah, doch, Holzbalken. Holzbalken ist richtig. Die sollen ja alle so nebeneinander stehen. Hä? Was ist jetzt? Ah, ich weiß, was es ist. Ich habe meinen Holzhammer verloren. Weil er mir ja keinen gecraftet hatte, als ich einen wollte. So, kräften wir uns wieder noch ein paar von denen hier. Dann sollte ich mir jetzt problemlos einen Holzhammer basteln können. Und mit dem ausgerüstet müsste ich das jetzt fertig kriegen. Jetzt können wir noch ein paar Balken von uns. Oh, ich muss, äh, offensichtlich. Wieder Holz hacken. Weißt du, was das dann wenigstens? Ha, nee. Ich hatte vorhin Weizenbüschel gesammelt. Das benutzt du jetzt für die Decke. Das ist in Ordnung. Aber wir müssen tatsächlich erst noch mal in den Wald. Und mir fällt gerade auf, Garantenwerkzeuge. Ich hätte gerne das hier. Und die Keule auf Platz 4. Und es ist lustig, dass man die Kleinen einfach so sammeln kann. Baumfeld. Sehr schlau. Nur seitlich berührt das Ding. Ja, bitte alles. Und dann erklärst du mir am besten noch. Ah. Das sind die kleinen Lager. Hm. Die ich da gebastelt habe. Und damit habe ich ein großes aufgestellt. Ich kann aber auch noch kleine machen. Und dann würde ich sagen, platziere ich die kleinen, die ich schon gemacht habe. Also die kleinen Steine kann man hier offensichtlich auch nicht platzieren. Nee, Inventar. Ich gehe hier. Direkt daneben. Hm. Gut. Ja, Hammer. Jetzt muss ich trotzdem was essen. Was praktisch ist, denn ich habe noch was zu essen. Sind das da drüben Pilze oder Steine? Die Nächte dauern in dem Spiel so lange wie die Tage, wo es ja nicht verkehrt ist. Aber was hat für mich bedeutet, dass ich mich auf eine ziemlich lange Nacht vorbereiten muss? Ah, ich sehe ja, das warst du. Okay. Also, würde ich von Steinen leben? würde es mir gut gehen. Aber ich lebe von Pilzen. Da. Pilz. 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 Pilz, Pilz. Bären. Dann erstmal wieder hoch. Ein bisschen Feuerchen. Nehmen wir die alle ab. Brennstoffe. So. Dann müsste ich doch jetzt sozusagen gleich mehr craften können. Dann sehe ich zu, dass ich wieder welche dabei habe. also da ich schon einmal gestorben bin, weiß ich jetzt wenigstens auch wofür man. So, machst du noch was? Ne. Lassen wir es mal bei zwei. Dann werde ich mal so viele es geht. So, wir haben sechs Stück. Sechs Stück zu Halsbalken verarbeiten. Davon scheint man immer Tonnen zu brauchen. Lass ich noch mal. Jetzt kräften wir das Ding weiter. So, dann haben wir das wohl. Wir können die Holzbalken hier sauber ablegen. Und die großen dann auch. Und zwar hier. Ah, ich habe noch die Balken frei. Also, holen wir uns die nächsten aus dem Wald. Warte mal, kann ich die nächsten Steine hier ablegen. Ich habe nur diese kleinen, diese kleinen Steine nicht zu gehen. Kann ich denn eine kleine Kiste oder sowas bauen? Und create. Dafür brauche ich sechs Balken. Nehmen wir hier unten rein. Die vier Steinchen am besten auch gerade. Dann muss er los. Da ist mir auch noch ein Haufen Zeug. Kleines Lager für Erze. Kleine Truhe. Und wenn wir noch ein paar haben, das ist nicht schlecht. Ich mache nur eine hier drüben beim Essen hin. und eine als Nachttisch nehmen wir ins Bett. Und eine als Nachttisch nehmen wir ins Bett. Dann lege ich hier mal ab, was noch zum Thema Essen gehört. Weizen glaube ich jetzt weniger. Ich lege es auch mal da hin. Das Zeugs. Nun ja, Erde braucht man nicht wirklich. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier erst mal soweit ausgestattet. Dann schaue ich mal, was ich als nächstes erforschen kann. So, jetzt brauche ich eben die Erze für die Eisenverarbeitung. So, Holzhammer, Fackel, ah, guck mal, fünf Erde. Jetzt einmal haben wir hier. Zweige sind hier, äh, Dings sind hier drin. Holzhammer. Jetzt hast du ihn gleich da reingenommen, okay. Dann kann ich ein Holzhammer hier reintun, eine Fackel hier reintun. Dann brauche ich fünf kleine Steine. Habe ich die jetzt hin? Ja. Äh, ein bisschen Erde und Erz. Zehn Erz, fünf Erde. Und deswegen hatte ich hier angefangen und dann hier sollte ich das alles finden. So, 64, ja, ne, ich leg die alle mal ab. Basteln wir uns jetzt hier eine richtig hübsche kleine Miene. Gut, wir haben einiges an Erz, wir haben einiges an Erde. Ich habe die andere noch gar nicht abgelegt, fällt mir gerade auf. Alles, lass mich raus, ja. Ähm, die 100 Erde brauchen wir nicht, wir haben die 12 Erde, das heißt, ich werfe die hier mal raus. Dann geht's wieder nach oben. So, wie viel Erz wolltest du von mir? Zehn Stück. Und wie viel Erde? Fünf. So, genau, dann geht das kräften. hochnehmen, rechtsklicken. Jetzt brauchen wir 20 große Steine. Zehn kleine Steine und eine Steinaxt. Ich glaube, große Steine bekommt man praktisch nur damit. mit. Ja, wir haben ich glaube, 10 sollten es sein. 10 noch mal auf jeden Fall. Und kleine Steine bekommen wir. Und kleine Steine bekommen wir. Hier durchgehen. So, das ist schon wieder genug. das machen wir schon wieder genug. Achso, die, ähm, Steinex muss ich noch schnell craften. Und weil ich mit der Schaufel so gut unterwegs war, sollte ich die vielleicht dann auch gleich machen. schauce. Kräften. Dann haben wir nämlich gleich eine, wenn wir wieder eine brauchen. So, warte mal. Jetzt hier Stoneworks. Also 20 große Steine. Wieso habe ich jetzt plötzlich keine 20 großen Steine? Eine Steinaxt. Und 10 kleine Steine. Jetzt bin ich echt verwirrt. Ich dachte, wir hätten die Steine alle schon. So, wollen wir hier jetzt... Aha, ich glaube, ich weiß, was ist der meint. Die Schaufel ist in zu schlechten Zustand, als dass ich sie noch weiter benutzen kann. Nee, das hat er nicht gemeint. Okay, das müsste jetzt aber reichen. 10, 13, 16. Jetzt. Gelernt ist gelernt. So, für die Metallhärtung muss ich jetzt erstmal Eisenwaren haben. Um Eisenwaren zu bekommen, muss ich einen Schmelzofen bauen. Um einen Schmelzofen zu bauen, brauche ich ein wenig Erde und 18 kleine Steine. Machen wir alle. Machen wir die alle mal hier hin. Dann haben wir den Ofen. Dann muss ich den Ofen nur noch platzieren. Schick, schick machen wir den hier. Dann sammeln wir mal ein bisschen Eisenerz. Bitte mal, was hab ich denn jetzt alles bei mir? Sollte vielleicht ein bisschen was ablegen. Umso mehr Eisenerz kann ich dann aufnehmen. Ah, bald wird's dunkel. Wieso bin die nicht aufgenommen? Mach mal, sonst geht's. So, in die Truhe hier drüben. Warte mal, hab ich da nicht schon was fürs Erz? Stein? Erz? Nee. Hier kann ich das Erz schon mal reintun. Bisschen Brennstoff könnte man brauchen. Also, auf in den Wald. Bisschen Brennstoff besorgen. Schreckt mich nicht jedes Mal so. Was haben wir hier noch leckeres? Steine. Warum markiert ihr die? Die waren noch gar nicht wichtig für uns. So. Ähm. Ähm. Genau. Jetzt hat man tonnenweise davon besorgt. Kann man da jetzt mal ein Feuerchen machen. Und ein wenig schmelzen. Guthanger. So eine grobe Ahnung. So ungefähr 2 zu 1 ist das Verhältnis. Schaut sehr vielversprechend aus hier. Ja, mit der Drill am Space Engineers geht das natürlich trotzdem allem noch deutlich schneller. Schauen wir mal. Na, muss aufpassen, dass ich mich hier vielleicht nicht allzu sehr einsperre. So. So, dann lege ich das oben mal ab, was wir jetzt haben. Und was wir haben, ist gar nicht so wenig. So, wenn ich den gleich wieder rausnehme. Gut. Neue Feuerchen. 5 davon weg. Feuer aus. Wir haben 6 Eisenbahnen. Wir brauchen 10. Also für 4 weitere Eisenbahnen brauchen wir. 40, nee, 20. 20 Eisen, Erz. Wir haben 20 Eisenerz. Wir packen sie rein, schmeißen das Feuerchen an und craften unsere 4 verbliebenen Feuerchen aus, ziehen dorthin, ziehen hier hinein und was brauchen wir noch alles, halt was, Steinmetzkunst hätten wir vielleicht zuerst machen sollen, naja, jetzt machen wir die. Dann brauchen wir Metallteile, Streitkolben und ein Kohlebecken, hab ich das jetzt richtig verstanden? Ja, das heißt ich brauche natürlich noch mehr Eisenerz, mache ich die Sachen hier, ne, hier kann ich das Zeug nur einschmelzen. Dann muss ich ja fast noch irgendwas haben, womit ich, äh, so, warte mal. Verstehen, Rehbockwanddekoration, ne, Schmiede, hier, die brauche ich noch. Und dafür brauchen wir 4 Balken, einen Baumstamm und 5 Eisenbahnen. Dann nehmen wir die 5 Eisenbahnen hier nochmal raus. Dann nehmen wir uns das andere Zeug, das wir brauchen. Einen Baumstamm bitte. Was kann man damit machen? Nicht wirklich etwas. So, jetzt droht, was fehlt noch? 4 Balken und ich habe nur 2 aufgenommen, jetzt habe ich nur 2 aufgenommen. So, jetzt müsste es aber gehen. Okay, Schmiede, craften. Jetzt fülle ich nochmal sie aus, platzieren sie hier nebendran. Wo muss sie denn sein? Ah, so, vermute ich mal. So, und hier können wir die anderen Sachen herstellen, die noch gebraucht werden, wie Metallteile. Wir brauchen 1 Eisenbahn. Das Kohlebecken braucht 2 und das Streitkolben einen. Am besten nochmal für 10. Das heißt, 50. Die ganze Erde rauswerfen, aber dann haben wir jetzt natürlich schon wieder Tonnen. mal schön darauf achten, dass ich hier noch rauskomme. Aber aktuell sieht es noch gut aus. Wie viel haben wir jetzt? So, 7. So, und jetzt mal hier durch. Ich muss den Eingangsbereich etwas vergrößern, damit wir in die Richtung graben können. Bis jetzt hat man noch Glück und noch keinerlei Angriffe von irgendwelchen Idioten. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie Wölfe oder so in dem Spiel? So, das ganze Erz kommt hier hinein. So, das ganze Erz kommt hier hinein. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Ich muss das Feuerchen wieder ausmachen. Jetzt erstmal die 5 hier noch dazu. Dann nutzen wir die 5, die wir haben, um die restlichen Sachen zu machen. Wir bauen Streitkolben. Ach, dann lassen wir die natürlich noch reinmachen. Holz war da auch noch von uns, so steckenmäßig. Kein Problem. Ich möchte bitte eigentlich gleich zwei davon. Einen noch so zwecks benutzen. So, das, das und das. Und wir können die Metallhärten craften. Und lernen. So, das nächste wäre die Steinmetzkunst. Ah, Battlements. Ne. Rope Ends, Handcrank. Klingt alles und eigentlich interessant. Farming und so weiter. Sag mal, kann ich das Bett jetzt eigentlich benutzen? Ne, ich kann es nur in Besitz nehmen. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich... Wieso habe ich nur zwei verschiedene Charakter-Animationen? Winken und Facepawn. Werkzeuge und Waffen. Hier ist, was ich gesucht habe. Und wir haben eine heftige Keule. Äh, Keule ist gut ein Streitkolben, oder? Ja. Mit Verzierung, sozusagen. Und können dann damit was anfangen. Und jetzt wird es dann endgültig dunkel. Deswegen wollte ich wissen, ob ich... Vielleicht drum herum komme. ...und jetzt andere Sachen machen zu müssen. Aber offensichtlich nicht. Und ich würde eh sagen, wir haben doch in dieser Folge einiges erreicht. Und jetzt werde ich, wenn auch nur virtuell, mich etwas hinlegen hier. Und die nächste Folge ankündigen. Und erstmal für diese... Tschüss und bis bald. Und lass doch ein Abo da. Okay, tschüss.